Das ist halt Niederschaft. Es ist ein 24-Stunden-Job. Mein Name ist Lucas Wheeler, ich bin 32 Jahre alt, in der Schweiz geboren, im Heerishaupt. Lädt aber zur Zeit in Wien. Ich mache meine Vorbereitung für meinen nächsten Profi-Wettkampf. Ein sehr wichtiger Aspekt im Profi-Body-Building sind Sponsor. Der Hauptsponsor Scheinergold, der mich finanziell unterstützt, so wie mit Produkten, damit ich immer die Hauptfrisur habe, wenn ich im Training bin oder auf der Bühne bin. Ohne die jeweils, ist es schon möglichst ein Job auszuführen, und da bin ich sehr dankbar. Für mich ist Bodybuilding Disziplin, es ist Willenskraft, Selbstdisziplin, Selbstständigkeit. Man ist der Herr von sich selber. Man ist verantwortlich für sein Handeln und für sein Tun ganz allein. Bodybuilding, das muss man leben. Man muss perfekt schlafen, man muss perfekt essen, man muss perfekt trainieren. 4,iiiiii Das Wort heisst Leidenschaft, das was perfekt zu produzieren ist. Das Wort heisst Leidenschaft, das Wort heisst.